hi zusammen ja ich hatte am 20 geburtstag und ich habe post erhalten einmal hier von meiner lieben elisabeth der ein oder andere erinnert sich bestimmt an sie und dann folgt euch noch ein video von der post von meiner lieben knuddelzambie da erinnert ihr euch bestimmt auch noch dran denke ich ja mal ja ich hatte eigentlich überlegt diese videos also privat zu machen weil ihr auf dem kanal ja nichts mehr so wirklich kommt von mir ja ich werde jetzt auch nichts um die versprechen wie das noch mal irgendwas kommt oder so ich weiß es nicht genau nur ich kann nur noch mal sagen ich habe nicht alles von meinen sachen verkauft von den ganzen bastelzeugs papier perlen und sowas meine favoritensachen habe ich behalten es kann halt sein dass ja die lust mal wiederkommt karten bastel ich noch aber ich vergesse sie immer zu zeigen wenn jemand geburtstag hat zum richtigen karten und ja also ich verspreche einfach nichts na also gesagt ich wollte die videos eigentlich privat machen für die beiden mädels aber ich dachte mir da ja viele von euch auch gerne immer diese post videos geguckt haben dachte ich mir gut mache ich das jetzt doch mal wieder für youtube ja so das hier ist für meine liebe für von meiner lieben elisabeth geht schon los hier wieder schon wieder wieder durch heute ja elisabeth sei gegrüßt das ist das ja hier ja ein bisschen aus der übung hier sehe ich einen süßen tag wie niedlich ja packen wir das mal zusammen aus elisabeth hat die sachen diesmal nicht eingepackt das hat aber gründe ich jetzt natürlich nicht erwähnen werde und das ist alles in ordnung elisabeth alles gut wo ist denn hier die öffnung ich sehe schon sachen ich gucke gar nicht so genau wie die kamera stört mich gerade hier von meinem visicht hallo das kann doch nicht wahr sein also oh mein gott das fängt gut an ich hab's gleich ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's hä so meine güte hey elisabeth ich hoffe du freust dich über meine fupa so ich ziehe einfach so raus dann ist das spannende hallo oh mein gott sind die schön sowas sammeln ich natürlich immer noch nur sehr klar was sind die schön bohr mein gott dieses glitzer da drin doch gott noch diese dreier bande hier schön voll fancy hier mit dem sternchen hier die fliege nein ja 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 wieder quetsche wangen time doch bestimmt wieder von ali express da habe ich irgendein schon länger nicht mehr geschaut wollte ich jetzt aber mal wieder auf für ein geburtstag nicht da wieder mal gucken aber ich kaufe mittlerweile sehr 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 selten ist ja natürlich alles nicht mehr so wie damals oder erinnere ich mich das habe ich auf die wunschliste gepackt elisabeth fragt mich ja immer was ich mir wünsche und dann gucke ich dann hier bei shop japan genau auch irgendwann über ein baby ist das draußen ich weiß ich weiß das jetzt mal so aus hier lieber durch meine schere hingetan die war doch gerade noch hier ach da ist ja da ist ich sehe schon der tolles dickerbogen den geist sind die nicht goldig damit der zunge raus nach diesen so schön die sticker ja es gab gestern übrigens leckere nudelsalat von meiner mama den habe ich mir gewünscht von ihr ganz viele mangas für figuren süße halloween sachen von meiner mama viele frissanien habe ich da schon erwähnt das ist gar nicht kurzzeit gedicht war ein sehr schöner tag ist dann mein besuch das so schön dass der hase diese schwarzen flügelchen hat ich finde das in die vollen interessanten kontrast irgendwie ja die verpackung so süß im buch geformt die sind da drin moment mal der bär jetzt hier ist das ein weißer flügel was soll das sein da hat er da in der seite von der anderen seite auch ach da sieht man es ich bin doof die sichter gesichter ich sehe da in die wölkchen mit gesichtern aber klar das wird natürlich passende der weiße hasen mit den schwarzen flügel der schwarze mit den weißen flügel der geist im donut wundervoll wundervoll ach ja und diese dicke vögelchen wo sieht man jetzt nicht klingt gut da sind die dicken da sind verbögen drin elisabeth ich hoffe du hast du da was von raus genommen ich glaube ich habe sie das gemacht sind nämlich so viele drin so viele brauche ich gar nicht so ich greife rein das auf der wunschliste ich weiß es gar nicht mehr also und das kann ich mich erinnern an das und dann ich glaube das auch hier erinnere ich mich gerade nicht das sind halt diese notizzettelchen ist das schön gemacht hier mit dieser goldverzierung auch wie schön sehr schön gemacht hier das ist hier gerade noch so hell ist dass sie noch schön tageslicht ist immer etwas schöner zum filmen sehr schöner blog sie auch so ein bisschen ja übbelig keine ahnung wie man das nennt die schrift so rein mit dir hatte ich da hatte ich das auf der elisabeth ich bin wirklich ich bin so vergesslich geworden in letzter zeit ist echt furchtbar also hier bei manchen seien ist es furchtbar aber manchen seien ist es auch gut zum beispiel bin ich manche ist nicht bei all man manga rein so aber bei manchen manche rein ich lese vergesse ich manchmal was ich gelesen habe und dann kann ich die reihe immer noch mal lesen bin wieder überrascht ich weiß auch nicht schöner blog das sind die zwei ane das noch andere mutter ein anderes ist dann noch das sind drei motive drei stück sehr schöner blog ich habe mich nicht erinnern ob ich lasse denn so ich schon wieder hier zuckerschock so ist hier hier ach gott guck der denn nicht schlecht auch wie süß der panda ich mache das die öffnung die sind ja meine güte ist das für ein papier ich kann das gar nicht beschreiben so matte weich dass wenn etwas so nie ich finde dass ihr so ein bisschen aggressiv werdet also wenn ich die aggressiv ich weiß auch nicht kann das nicht erklären kann man sich dennoch ausschneiden wenn man möchte und die geduld hat da der große rundungen da hat kann man das ja gut schneiden ausschneiden dann dankeschön danke ich habe das du schön ausgesucht die schlafmütze auf mein hals ist ein bisschen kratzig ich habe schon so viel gelabert so ich fühle ich schon wieder ein blog herr moin ich kann nicht reden dann dann ich holl sammlung ist natürlich auch immer noch da kann ich euch sagen ganz viele blöcke briefpapier sticker und 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 da kann man umschläge machen das kriegt man dann vielleicht irgendwo mit drauf auch schön elisabeth war das auf der liste ich kann mich nicht erinnern auch ich weiß es nicht mehr auch ich war die beiden zusammen das noch etwas kleines oh nein die schläppchen die schläppchen die schläppchen blau noch verrückt bin ich das sehe das kein das ist nochmal so eine überraschung von die oda elisabeth du 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 das da irgendwas was nicht auf die liste sie was nicht darauf war du so ich glaube jetzt kommt das letzte teil ja das letzte teil achtung was ist das denn was ist das denn das kam aus meinem mund das geräusch nichts noch mal erwähnen ich mach das mal kurz auf ein mega super duper popa sticker back karton ok nein ich habe etwas falsch gemacht meine güte moment mal ach das ja weiß ich auch ich dachte das wird irgendwie so ausgeschnitten die winter so drin liegen aber ist gar nicht so so guck uns die doch mal zusammen an wo sind das viele bürgen du hast dafür zeugs ja das wird natürlich mein lieblingsbogen gott der bier im sarg gesagt ist einfach rosa schön der kopf eingebildet steampunk mäßig oh mein gott jetzt 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 grün hier auch nur grün meine güte so viele bürgen sehr schönes dicker das ist so ist das so ist ja alles im wunderland viele verschiedene themen so prinzessin oder so ich kann das dicke auch tatsächlich oh die sind so ein bisschen jetzt weiß ich wieder nicht man das nennt man kann das so fühlen die schrift ich komme nicht auf das wort dafür ich komme nicht auf das wort dafür rahmen das ist jetzt wieder am anfang ne ja boah das sind ja schnee lustig kann steht hier gar nicht gut jetzt ein stück das ist echt eine menge ich bin verwirrt hier mit diesem ich lege das jetzt auch so ja nur so drauf und dann rein damit erst mal in dieser bett da sind doch ein paar extras bei ja sagt mir das gerne mal dass das war doch nicht auf der liste oder hier das ist klar das war nicht drauf die beiden glaube ich auch nicht hier bin ich mir nicht sicher dann dann da nicht gehen ist ja bald nicht mehr vorhanden wenn das so weiter geht alles ja elisabeth vielen vielen dank sind alles super süße sachen ich freue mich drüber wirklich zucker 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 sammeln wieder aufgestockt aufgestockt sammeln wieder aufgestockt vergiss das einfach nicht das ist echt schlimm ich kann nicht reden elisabeth ich bedanke mich bei dir ich fühle dich ganz lieb gedrückt aber ich merke mich sowieso bei dir so wie es halt immer ist bei uns ja ich hoffe ihr hattet ein bisschen spaß an dem video ich habe mich zu viel schund geredet ja okay lieben dann ja folgt gleich noch ein video bis dann dann